Mensch Alex, erstes Turnier in Halle, ihr habt 10 Fällen. Ich fand's ganz cool. Was hast du eigentlich gespielt? Der Blue Ice, ist doch logisch. Blue Ice ist kein Meter! So, das noch mal. Blue Ice ist kein Meter. Du hast es so gewonnen. Judge? Matze, jetzt mal ehrlich. Du hast es wirklich keinen Meter. Ja, ich weiß. Aber er hat mich halt provoziert. He jongens aran mit. Oh, haye.